Herzlich willkommen bei Cini macht Auge. Ja, es ist mir wieder Zeit zu reacten und zwar diesmal auf Alpha Kevin. Seine Überschrift hat mich doch getriggert. Rufmord und Cancel-Versuche unter Stellungen, Lügen und Werbepartner anschreiben die ShoyoCast-Supporter. Ich habe mal ein Fragezeichen dahinter gesetzt, obwohl es da eigentlich nicht steht. Also oben im Titel steht es nicht. Ich würde da aber mal ein Fragezeichen hinstellen, weil man weiß es ja nie so ganz genau, wer jetzt dahinter steckt. Ich finde aber nach dem letzten Video, was wir gemacht haben, wo ja auch schon ich bemerkt habe, dass wenn man bestimmte Sachen kritisiert, sich in die Diskussionen einschaltet, dass dann genau diese Methoden irgendwie angewendet werden. Bei mir gibt es keine Werbepartner, weil ich werbefrei bin, nur Zuschauer-Supported, aber diese Idee ins Umfeld zu gehen, dann zum Beispiel vielleicht ja Arbeitgeber, habe ich zum Glück auch nicht, aber Arbeitgeber anschreiben, Freunde anschreiben. Diese Methoden, das ist wirklich ekelhaftes Denunziantentum, muss ich wirklich so sagen. Und ja, ich bin mal gespannt, was der gute Alpha Kevin hier zu berichten hat. Tja Leute, es ist soweit. Ich habe sehr, sehr stark geschmerzt. In diesem Video werde ich euch aufzeigen, was man die letzten ein bis zwei Monate versucht hat, gegen mich zu unternehmen. Es ist wirklich richtig viel passiert. Und während ich dieses Video hier drehe, passieren im Hintergrund immer noch Dinge, die ich richtig ehrenlos finde. Also schaut das Video unbedingt bis zum Schluss und gibt es auch noch ein dickes Special. Einiges... Boah, macht das schon marketingtechnisch natürlich clever, ne? Guckt es auf jeden Fall bis zum Schluss und am Ende, da gebe ich euch noch die Antwort auf alle Fragen. Ich werde dir mit Sicherheit selber noch gar nicht mitbekommen haben, da das Ganze momentan brandaktuell ist. Deswegen möchte ich euch einfach mal erklären, mit welchen Mitteln und Methoden man versucht, gegen mich vorzugehen und welche Formen und Dynamiken das mittlerweile annimmt. Nicht wundern, ich werde das jetzt hier einfach einmal komplett chronologisch aufzeigen. Alle weiteren Updates findet ihr dann auf meinem dritten Kanal, Alpha Kevin Plus. Der hat schon drei Kanäle? Ich habe nur zwei Kanäle. Moment. Ich brauche einen dritten Kanal. Beginnen wir nun mit dem 4. August 2024, an welchem das erste Video zur Shoyoka auf meinem Hauptkanal online kam. Und genau in diesem Video sprach ich ja nicht nur negativ gegen Shoyoka, sondern es ging vor allem in erster Linie um die Kuchen-Files-Seite. Dort machte ich im Prinzip bloß aufmerksam, was es mit der Kuchen-Files-Seite auf sich hat, was die Intention dieser Seite ist. Und ich habe es auch befürwortet, dass sich Shoyoka dort auch mal per Videoform zu Wort meldet. Ich gebe jetzt hierbei auch mein Bestes nicht vor, eingenommen an die ganze Sache ranzugehen, weil das Lichtweg unfair wäre. Denn bisher, muss ich ehrlich zugeben, habe ich von Shoyoka jetzt nicht so viel Positives gehört. Liegt aber auch daran, dass ich einige Videos von Kuchen.TV über Shoyoka angeschaut habe. Und deshalb könnte es sogar mal helfen, ihre Seite genauer zu hören. Also mal schauen, was sich jetzt daraus ergibt und ob das Ganze nun verständlicher wird. Das Ganze von Shoyoka ist so... Ja, also da sieht man ja auch wieder, ne. Also der, äh, das ist mir auch damals irgendwie so aufgefallen. Ich hatte schon das Gefühl, dass Alpha Kevin da versucht, an die Sache irgendwie fair ranzugehen. Eben auch beide Seiten zu hören und so. Und, ähm, ich glaube, leider wird jetzt wahrscheinlich die Erfahrung gemacht haben, es bringt nichts. Ähm, du musst entweder alles kaufen oder du bist ein Abtrünniger, der bekämpft werden muss. Ungefähr so darf man sich das leider vorstellen. Sogar selbst komplett in Ordnung. Hey Alpha Kevin, find's gut, dass du auf Kuchen Files aufmerksam machst. Im Anschluss machte sie dann bloß noch darauf aufmerksam, dass ich mein Thumbnail noch ein bisschen abändern soll und das war's. Also bis Anfang August war sie auch noch positiv überrascht von mir und hatte wohl eher weniger Probleme mit dem Inhalt meines Videos. Dann ging's aber los mit ihrem allerbesten Freund und Mod Askaron, der noch am selben Tag schrieb, dass ich ja immer der Losteste zu jeder Zeit wäre. Ja, das ist vielleicht, das ist ja auch mal eine Theorie, die man mal aufstellen könnte, ähm, hat Joyoka vielleicht einfach die falschen Freunde? Also vielleicht, ähm, ja, haben sich da jetzt Leute um sie herum gesammelt, ähm, aus welchem Milieu auch immer, äh, die, die ja auch einfach im Endeffekt keine Hilfe sind? Also, ne, Askaron jetzt so, hab ich jetzt häufiger mal schon gehört, den Namen, der hat ja auch, irgendwie war ja auch hauptverantwortlich dafür, dass, ähm, dass das Alpha Kevins Seite platt gemacht, äh, Twitch-Kanal mal kurz platt war. Ich weiß gar nicht, ob man, ob das manchmal so gut ist, dass man, man muss sich da schon gut überlegen, ähm, wen man da in seiner Army holt. Und deswegen ist das ja auch, auch mit ein Grund, warum ich, äh, da sehr, sehr, sehr langsam unterwegs bin, was dieses, ähm, ja, was, was dieses Leute um sich herum scharren, die, die für einen sprechen, die für einen bestimmte Sachen machen, das, da bin ich sehr vorsichtig, ja, ähm, weil du natürlich nicht weißt, wer, wer kommt da, wer bietet dir da irgendwie Hilfe an, äh, vielleicht hat der auch einfach nur Bock auf richtig Krieg, und dem ist am Ende vielleicht total egal, dass du da total, äh, komplett unter die Räder gerätst, ne? Also, das, das muss man vielleicht auch nochmal im Hinterkopf haben, ähm, wenn, wenn der Askaron was macht, also, keine Ahnung, äh, selbst wenn jetzt Shoyoka nichts dagegen hat, kann ja trotzdem sein, dass sie da schlecht beraten ist, mit, mit solchen Leuten irgendwie, kann, also, als Möglichkeit möchte ich das mal so, äh, in den Raum stellen. Verfasste Tweets wie diesen hier, wo ich mich hinterfrage, ob er irgendwelche ekligen, anti-veganen Fetische hat, denn ganz normal ist das eigentlich nicht, sowas umfassbereudiges zu schreiben, also, wie kommt man überhaupt darauf? Ach, und nicht zu vergessen ist natürlich, dass der Typ ne halbe Bibel geschrieben hat, um aufzuzeigen, wie... Ja, das ist typisch. Diese, diese hellen, langen, zu, äh, ja, Threads, Threads auf, äh, Twitter. Im Übrigen, ich, ich bin immer noch, äh, abstinent, ich hab mein, äh, X-Account gelöscht und ich bin felsenfest davon überzeugt, ich werde den nie wieder aktivieren, das müssten jetzt auch bald 30 Tage rum sein, das heißt, ähm, äh, dann ist der, glaube ich, komplett weg. Dann sind die sechseinhalb, siebentausend Follower-Geschichte und ich bin richtig froh drum. Diese Plattform brauche echt keiner. Wie schlimm er mich doch findet. Hauptsache, er steht einfach... Und, äh, nein, äh, im Chat fragte gerade jemand, äh, hab ich sie nicht meinem Kumpel ausgeliehen? Nee, aktuell keinem ausgeliehen, der Kanal ist einfach dicht. Einfach platt. Ähm, Twitter, wie gesagt, also Twitter, äh, X, wie auch immer. Äh, ich weiß nicht, habt ihr das gesehen mit Elon Musk jetzt auch auf dieser Trump-Veranstaltung? Also, ich, 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 ich mache hier keine Kontaktschuld, aber lassen wir das. Eine Plattform, Elon Musk, ich, ich finde irgendwie, nee, das ist irgendwie, das bringt nicht das Gute im Menschen zum Vorschein. Warum auch immer. Ich würde da einfach Finger von lassen. Einfach irgendwie hinter Shoyoka. Askeron, keine Socke, wir finden. Gutes Meme dafür, dass, wie gesagt, sich eigentlich mit fast allen Content-Creatoren angelegt wird. Ähm, ja, das ist halt auch sowas. Macht das Shoyoka selbst? Sind das Leute, die sie beraten? Ich würde ja sagen, äh, irgendwann ist es vielleicht auch mal gut, dass man nicht immer weiter in, 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 in Angriffsmodus geht, sondern dass man dann vielleicht auch einfach mal Sachen so ruhen lässt. Also, ich sage ja gar nicht, dass man, man muss sich, man muss nicht einknicken, man muss sich für, ich finde auch, ne, diese ganze, immer dieses Verlangen nach Entschuldigung, ey. Ich würde da wohl nicht entschuldigen, ist mir scheißegal. Man kann auch Sachen einfach nicht mehr behandeln, ruhen lassen und dann hören die Sachen auch auf. Das gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Finde ich auch mega heiß, du Schnucki. Und wir finden es alle toll, wie du sie weiterhin beschützt. Wie viele wissen, wurde ich dann sogar schon am 5. September in meinem Livestream einfach weggestriked, weil ich auf ein Video von dem bösen KuchenTV reagiert habe. In meiner Reaction kam lustigerweise nicht mal irgendwie was Schlimmes, Beleidigendes oder Sonstiges vor. Das ist ja das, was ich in meinem letzten Video auch sagte, ne, also, wo ich den WDR-Kosmo-Beitrag kommentiert habe. Das ist das Erschreckende eigentlich an dieser Methode. Es muss offenbar nicht mal irgendwas Beleidigendes, irgendwas, ja, Schlimmes gesagt werden. Das muss es anscheinend nicht mehr. Man muss, es reicht im Grunde nicht derselben Meinung zu sein und es werden wirklich eklige Methoden angewendet. Also, ein bisschen, ein bisschen schnäßig. Im Gegenteil, ich habe sogar am Anfang meine Reaction gesagt, dass ich nur Lust habe, einfach auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, ohne bösen Hintergedanken. Optionen, die man sich so geben könnte, aber einfach, um wieder up to date zu bleiben, gucken wir uns das an. Ich hatte eigentlich überlegt, gar nicht mehr weiter drauf einzugehen auf die ganze Thematik. Dann denke ich mir aber auch so, naja, also, weil wir ja trotzdem irgendwie immer wissen, was Neues passiert ist. Deswegen gucken wir uns einfach alles an, was irgendwie neu auf die Timeline kommt. Ja, und das muss man sich auch nochmal überlegen. Also, er war kurz davor, eigentlich zu sagen, das ganze Schoyoka-Thema interessiert mich eigentlich nicht so. Aber gut, klar, wenn viel darüber berichtet wird, dann will man ja schon wissen, was ist gerade irgendwie der Stand der Dinge. Und jetzt überlegen wir mal, was haben wir denn jetzt seit dann diesem Ascaron, ja, seitdem er dafür gesorgt hat, dass Alpha Cam seinen Kanal verliert und dann jetzt, nachdem auch Böhmermann das ganze Thema nochmal richtig mit Napalm übergossen hat, was haben wir denn jetzt davon gehabt? Ja, das Thema wird noch viel, 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 viel größer. Das wird ja noch weniger aufhören. Also, am Ende muss man ja schon sagen, wenn du ein Thema nicht mehr behandelst, dann verschwindet das auch wieder. Da sind wir, denke ich, gut beraten mit. Also, ihr seht, ich bin ja schon voller Wut und Hass im Bauch in dieses Video reingegangen. Und offensichtlich bin ich natürlich auch ein stets extrem unfairer Mensch. Deswegen hatte ich nämlich auch immer eine Reaction betont, dass ich auch super gerne auf die Kuchen-Files-Seite reagiert hätte, beziehungsweise auf die Videos von Shoyoka diesbezüglich. Das Ganze geht halt aber schlecht, weil man bei Shoyoka halt nicht wissen kann, ob man dann daraufhin gestrikt werden würde. Das Ding ist, ich hatte eigentlich vorgehabt, gern die Videos anzuschauen auf den Kuchen-Files-Kanal. Äh, Kuchen-Files-Kanal, auf den, äh, Dings-Shoyoka-Kanal. Diese Kuchen-Files-Videos hatte ich eigentlich vorgehabt, das anzuschauen, weil ich halt beide Seiten gern hören wollte. Das habe ich auch in meinem Video gesagt. Da man aber hier einfach schnell Strikes kassieren könnte, habe ich das einfach dann gelassen. Aber man merkt hier schon klar, dass ich wirklich ein brutalster Hater von Shoyoka war. Ein Video... Man merkt auf jeden Fall, dass er getriggert ist. Warum? Denn ich kann das verstehen. Ähm, weil ich, 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 ich kenne Alpha Kevin nicht, aber ich habe ja jetzt ein paar andere, äh, Content-Creator mal so kennengelernt und ich habe irgendwie das Gefühl, also gerade auch diejenigen, die da irgendwie sehr häufig, äh, jetzt so dargestellt werden, als wären sie die großen Hater und so, wenn man die dann mal persönlich kennenlernt, dann merkt man, hey, das sind irgendwie so ganz normale Leute, ganz nett eigentlich. Ne, also sogar uneigentlich. Einfach ganz nette Menschen. Und ich glaube, dass, wenn du solchen Leuten dann so vorwirfst, sie werden irgendwie Hater, sie würden, ähm, sie würden Hass und Hetze verbreiten. Ich glaube, das, ich kann das verstehen, dass das Träger hat. Weil das ja wirklich überhaupt nicht mit dem übereinander gebracht werden kann, wie man sich selber sieht. Klar, da kann man natürlich falsch liegen. Aber wie auch irgendwie dein ganzes Umfeld dich sieht. Also du hast ja in der, im besten Fall hast du ja ein soziales Gefüge um dich herum. Das, das spiegelt dich auch ein bisschen. Und, ähm, mir, ich weiß nicht. Also zumindest mir ist jetzt noch nie gespiegelt worden, dass ich, dass ich irgendwie ein, ein hasserfüllter, aggressiver Mensch sei. Also wirklich, das ist so, das ist so das weiteste weg von mir. Und, und wenn man dann irgendwie liest, weil man irgendwie zwei freche Kommentare irgendwie schreibt, man würde, man würde gegen Menschen hetzen, dann, dann fragt man sich schon auch so, irgendwas ist hier komisch. Irgendwas ist hier ganz verschoben. Ne, und wenn etwas sehr verschoben ist, also die, die Wahrnehmung von einer Person an einer anderen Person, also wir komplett auseinander liegen, dann triggert das. Das löst eine Emotion aus, wahrscheinlich Irritation und, äh, Überraschung, ja, Überraschung, ich glaube, so, so überrascht sein ist ja auch so ein, ein, eine Emotion. Und dann, daraufhin äußert man das. Und ich glaube, das sieht man bei ihm gerade auch hier. Also, ähm, diese Vorwürfe scheinen ihn dann doch irgendwie ziemlich, äh, ja, aus der Fassung zu bringen. Zur Kuchen-Files-Seite im Jahre 2024 und noch ein paar Reactions. Für diese Reaction auf das Kuchen-TV-Video wurde ich dann ja zwei Tage gebannt, wegen Verletzung des Urheberrechts. Den Bann bekam ich im Übrigen von Askeron, der im Namen von Shoyoka hierbei so handelte. Und ab... Das ist halt auch für mich so interessant, im Namen von, ähm, ich weiß gar nicht, gibt's da so eigentlich offiziell, ja, also, läuft das wirklich so? Oder bannt er, also kann er das? Ist er Mord oder so? Ich weiß es gar nicht. Da an ging es erst so richtig los. Denn alles, was dann danach passierte, war wirklich komplett bodenlos gewesen. Kurz nach meinem Bann beschloss ich nämlich, einfach ein Update zu geben, wie es denn jetzt weitergeht, warum ich gebannt wurde und was die Leute über mich geschrieben haben, die mich gebannt haben. Und dort habe ich sogar direkt noch, in derselben Nacht des Bannes, dieses Video auf meinem zweiten Kanal veröffentlicht. Heute gibt es keine Reaction im klassischen Sinne. Nein, heute wird der Hase anders aufgeholt. Und zwar, ich wurde gebannt. Für dieses Video bekam ich auch direkt zwei Claims aufgrund von einer Datenschutzbeschwerde. Das sagt daran, dass ich zu dem Zeitpunkt öffentliche Discord-Nachrichten vorgelesen habe. Und irgendein Larry wollte mich halt genau dafür striken lassen. Bedeutet, man wollte mich auf Twitch wegcanceln und hat dann direkt versucht, meinen zweiten Kanal ebenfalls Platz zu machen, auf welchen ich ja eigentlich bloß ein Update geben wollte, was denn jetzt los ist mit Twitch. Doch wäre es jetzt... Das ist so geil. Also da siehst du dann auch so, was für Energien da auf einmal entwickelt werden. Also dann sitzen die da so, ja, ja, ja. Mal gucken. Na, er hat da einen Screenshot von Discord. Ähm, zack, äh, private Informationen. Äh, was haben wir noch? Äh, er hat einen Videostipsel benutzt. Mit Urheberschaft, Urheberrechts, Claims, Aus, zack. Mit was? Woher kommt diese Energie? Ich verstehe das gar nicht. Jetzt bloß bei diesen... Die sind doch jung, ne? ...zwei Beschwerden geblieben, dann hätte ich wahrscheinlich noch relativ sanftmütig reagiert, denn das hatte wenig Konsequenzen für mich. Doch der Spaß ging leider jetzt erst so richtig los. Denn aus diversen Gründen bekam ich plötzlich noch mehr Datenschutzbeschwerden. Teilweise einfach nur, weil man ein Avatar einer Person auf Discord gesehen hat. Das ist wirklich so krank. Überlegt euch das einfach mal. Leute reden über mich in einem öffentlichen Discord. Sie lästern, verbreiten teilweise auch Lügen auf diesem Discord. Ich beziehe mich dann auf diese Nachrichten und die Leute wollen mich einfach wegstriken. Ich sag's euch genau so, laufen stabile Diskussionen richtig ab. Aber es geht leider noch weiter, denn zu dieser Zeit bekamen plötzlich auch mehrere Creator, hinter inklusive auch ich, mehr Retro-Mails. Ob das Troll ist, weiß ich nicht. Alle Wahl... Grüße von Pia, du Bastard. Keine Sorge, wenn wir mit Huchkuchen und dem Rest fertig sind, bist du auch noch dran und deine Mutter nehmen wir uns auch vor. Wenn du denkst, Pia hat damit ein Problem, denkst du falsch, keine Rücksicht. Siehe leeren rauf. Du Arschloch. Bei sowas, da muss man natürlich immer auch... Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Ich bin mir mittlerweile nicht sicher. Soll leeren Frau, soll das wohl heißen. Ich bin mir manchmal nicht so sicher. Wir haben hier immer noch die Option, ganz häufig, dass da Akteure dabei sind, die anonym einfach in alle Richtungen stacheln, weil sie wollen, dass das alles eskaliert. Das muss man immer beachten, weil das ist nicht von Shoyoka ja geschrieben. Da gibt sich jemand aus als Supporter. Wir wissen das nicht. Manchmal hast du auch so selbsternannte Radikalinskis, die dann irgendwie das auch nur mitbekommen und dann so tun, also sich als Supporter von jemandem ausgeben. Also ich wäre da immer sehr vorsichtig, ob das wirklich von den Personen kommt, das weiß ich nicht. Also in meinem Namen könnte jetzt auch irgendjemand schreiben, äh bitte, jetzt kein Aufruf, ne? Könnte irgendjemand schreiben, ich komme von Sina und das und das und das. Und das ist ein großes Problem, weil ich habe das ja auch schon mal alles sozusagen durchgemacht und nachdem ja Dekalden so ein bisschen sich über meine Aussagen aufgeregt hatte, bekam ich ja auch beschissene Nachrichten. Und ich habe damals auch, das weiß ich noch, ihm ein bisschen den Vorwurf gemacht und gesagt, hier, wenn du so redest, dann ist die Konsequenz, dass andere mir das dann schicken. Und davon bin ich heute ein bisschen abgerückt. Ich kann nicht, also klar, das hat alles seine Grenzen. Also wenn jemand wirklich richtig hart anstachelt, anpeitscht und den Marschbefehl gibt, dann könnte man sicherlich sagen, okay, hier steckt Manipulation dahinter. Aber ich kann nicht ganz einfach nur diesen roten Faden ziehen, irgendwer, weiß ich nicht, schickt mir eine Hass-Mail. Also bist du schuld, weil du hast mich mal kritisiert. Weil das müssen wir zu Ende denken. Wenn wir das als Argumentation zulassen würden, ja, dann kommst du irgendwann natürlich an den Punkt, dann kann ja keiner mehr irgendwas kritisieren. Weil es immer das Slippery Slope zu dem, weiß ich nicht, Hassverbrecher ist. So geht es halt nicht. Ich meine, wir kennen diese Argumentation. durchaus natürlich von eben genau auch der anderen Seite, dass sie sagt, ich weiß nicht, dann steht da ein schlimmes Wort, ja, M-Straße. Und das führt dann zu rassistischer Gewalt. Das ist genauso dämlich. Also das heißt, das müssen wir natürlich in alle Richtungen gleichermaßen bedenken, dass das immer ein Quatschargument ist. Weil es ist einfach nur peinlich gewesen, weil es juckt am Ende des Tages sowieso niemanden. Ich sag das jetzt einfach auch mal nur, damit ich mich jetzt ebenfalls in diese Opferrolle begeben kann, wie es eine gewisse andere Person die ganze Zeit macht. Fragt mich aber nicht, wen ich damit meine. Und dann habe ich mal wieder auf ein Video von KuchenTV reagiert. Meine Fresse, wie kann ich nur so böse sein? Und dafür habe ich natürlich... Im Übrigen ganz kurz, ne? Nur, weil es schon alles klar macht, wieso er das macht, ne? Vor zwei Wochen 282.000 Aufrufe. Das schmeckt. Meine Fresse, wie kann ich nur so böse sein? Und dafür habe ich natürlich selbstverständlich auch mehrere Datenschutzbeschwerden bekommen. Aus Sicherheitsgründen hatte ich bei dem Video extra alles so zensiert, dass man mir nicht anhängen kann, ich hätte irgendwen gedoxt oder den Arbeitgeber oder Sonstiges geleakt. Am 20. September machte dann Shoyoka einen Livestream, bei welchem sie Dinge über mich erzählt hatte, wie ich denn meine Videos gestalten würde. Weil sowohl in Alpha Kevin als auch in KuchenTV, wenn sie ein Video zu was machen, die recherchieren nicht, um sich eine Meinung zu bilden, sondern sie haben eine Meinung und suchen nach Aussagen, die ihre Meinung bestätigen. Und das... Ja, das im Grunde, was sie da sagt, ist ein generelles Phänomen, Problem. Dieses, ja, biased sein eigentlich, also beeinflusst, schon voreingenommen zu sein, das haben wir alle, ganz klar. Und das ist super schwer, das zu überwinden. Und ich behaupte ganz klar, davon kann sich keiner freimachen. Also wer zu einem bestimmten Thema recherchiert und auch nur in irgendeiner Form schon irgendwie ein Bauchgefühl hat, der wird seine Recherche in diese Richtung lenken. Und es gehört richtig viel dazu, dass man es auch vor sich selbst eingesteht, dass eine Sache vielleicht bei genauerem Hinschauen doch anders ist, als man es zu Beginn dachte. Ich hatte das damals mal gemacht, als ich wissen wollte, ich hatte das Gefühl, Funk sei jetzt irgendwie mega woke, nur noch solche Themen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich brauche jetzt mal Zahlen. Also habe ich einfach die letzten 200 Instagram-Postings von Funk analysiert und nach so einem eigenen Ranking immer gesagt, okay, wie woke ist das jetzt im Sinne von, wird hier gegendert, geht es hier wieder um Opferpyramiden und so weiter. Und dann musste ich feststellen, so viele sind es gar nicht. Dann war die Erkenntnis, ich hatte eine selektive Wahrnehmung. Weil die Beiträge, die ich gesehen habe, die genau mein Bild bestätigt haben, was ich von Funk hatte, das war immer, da dachte ich, ist ja klar, Funk wieder. Das war so klar. So, und dann habe ich irgendwie fünf weitere Beiträge gesehen, die haben das nicht bestätigt, die vergisst du wieder. So, Mustererkennung, unser Gehirn ist darauf programmiert. Wir finden das total geil, Mustererkennung ist das Geilste. Warum ich mich eben so mit meinem Chat zusammen total gefreut habe, dass wir eine Schnapszahl bei den Abonnenten erreicht haben. Ja, weil es viermal die gleiche Zahl, irgendwie da sprudelt was im Gehirn. Und wenn man eben auch bei der Recherche schon so ein Bild vorher hatte, dann ist man geneigt, so zu recherchieren, dass das Muster bestätigt wird. Weil das eben mehr Endorphin ausschüttet. Ich sage das mal so ganz grob, unwissenschaftlich. Ich sage aber auch, es ist möglich dagegen, man muss sich halt immer wieder klar machen, okay, gehe ich hier irgendwie beeinflusst voreingenommen in die Sache rein, ja oder nein. Deswegen sind die Videos auch so schlecht. Weil es ja nicht darum geht, wirklich ernsthaft, sich kritisch damit auseinanderzusetzen. Sondern die haben eine Meinung, die haben eine Stimmung, die sind genervt oder wütend. Und dann suchen sie halt so lange, bis sie einen Kommentar finden, das ihnen zustimmt. Und sagen dann, also bei dem Kommentar dann, ja guck mal, das stimmt mir zu. Ja, gut. Ich würde dir da gar nicht widersprechen wollen. Ich würde aber sagen, das ist ein allgemeines Phänomen. Das ergibt halt, also, so machst du halt keine Recherche, so baust du auch keine fundierten Meinungsessays, sondern du bestärkst halt einfach nur deine Meinung und Porträt. Ja, weil dasselbe könnte man natürlich eher vorwerfen. Und das macht gefühlt jeder. Und deswegen, ich würde sagen, immer der erste Schritt, da rauszukommen, ist ja erstmal einfach fast schon ein Lippenbekenntnis. Einfach mal aussprechen, immer dran denken, es könnte auch sein, dass die andere Seite recht hat. Das ist jetzt aktuell nur meine Analyse. Und einfach sowas schon mal zu sagen, hilft schon. Dass man sozusagen so einen kleinen Dämpfer einbaut. Dass man eben nicht die Emotionen einfach nur weiter befeuert und sagt, ja, und jetzt zeige ich euch mal, es ist genauso, wie ihr immer gedacht habt. Als ich mein Video zu den Kurum Files hochgeladen habe, da war ihre Meinung vermutlich mir gegenüber relativ positiv gewesen. Aber plötzlich bin ich immer komplett voreingenommen und möchte den anderen bloß gefallen. Ist halt bloß nicht, dass es ausgerechnet von der Shoyoka kommt. Aber okay. Und anstatt, dass man vielleicht nicht permanent blockiert und auch mal ins Gespräch geht, weil miteinander reden deutlich besser ist, als die ganze Zeit nur übereinander zu sprechen, war das hier ihre Antwort. Gibt es von deiner Seite Versuche, sich mit Olli zu einigen? Wer ist denn Olli? Und jetzt kann ich es nicht mehr lesen. Turtle hat es rausgeschmissen. Ach so. Was soll ich mich denn mit Alpha Kevin einigen? Dass man vielleicht Strikes unterlässt und vielleicht auch einen... Ja, weil da siehst du auch, da was Interessantes. Also sie wird niemals mit Alpha Kevin reden. Sie wird auch niemals mit KuchenTV reden. Und das ist eine Sache, da hatte ich ja auch mal ein Video gemacht, das geht so ein bisschen in die Kontaktschuld-Thematik rein. Ich hatte ja letztes Jahr ein Jubiläumsvideo bei Sinans Woche, wo ich ganz viele Content-Creator einfach mal gefragt habe, ey, wollt ihr eine Grußbotschaft loswerden? Und das hatte ja eine Meta-Nachricht, also eine Meta-Ebene, das Ganze. Weil es natürlich klar war, dass man vielleicht mit Content-Creatoren in einem Video vorkommt, die man vielleicht nicht so gut findet, die man thematisch... Ja, wo man eigentlich nicht auf demselben Video vorkommen möchte. Aber dass man es vielleicht trotzdem macht, einfach nur zu zeigen, guck mal, das ist möglich. Niemand spricht für den anderen und so weiter. Und in dem Moment, wo man dieses Gedankending so hoch hält, dass man sagt, man darf eigentlich mit bestimmten Leuten nicht mehr reden. Und weil ich glaube, Shuyoka darf mittlerweile wahrscheinlich mit gar keinem mehr reden, weil wahrscheinlich alle nicht krass genug auf Linie oder so. Ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll. Oder ist das schon wieder zu hart formuliert? Ich denke nicht, dass die da über den Schatten springen könnte. Und für mich wäre das aber ehrlich gesagt so die einzige Möglichkeit, aus dem Schlamassel mal irgendwie rauszukommen. Gespräche führen. Das ist jedes Mal so. Wenn du übereinander sprichst, bist du viel, viel aggressiver, wütender, kannst dann viel mehr dem anderen vorwerfen, als wenn du ins Gespräch gehst. Im Gespräch kann es dann natürlich auch unangenehm werden. Dann bist du nicht mehr in deinem Safe Space, wie man so schön sagt. ... den Weg findet, dass beide Parteien glücklich sind. Stattdessen schulet sie einfach paar Tage später komplett ekelhaft gegen mich und verbreitet schlichtweg Lügen. Aber ja, stimmt. Shuyoka ist die, komplett ekelhaft gegen mich. Sorry, sorry, wenn ich das hier lese. Komplett. Aber einen Kuchen, Alpha-Carrion und so weiter sind halt unfassbar gefährlich für unsere Demokratie. Alter. Das, ey. Damit entkernt man, entwässert man, verwässert man. Diese Aussage, demokratiegefährdend, hat auch einfach bald keinen Wert mehr. Da muss ich jetzt mal ganz klar sagen, Shuyoka, das ist doch scheiße, sowas zu schreiben. Ich weiß nicht, ob du das wirklich so siehst. Wenn alles immer sofort Gefahr für die Demokratie ist. Ja, also wenn wir immer weiter schreiben, das ist alles, also, ne, weiß ich nicht. Zwei Leute auf Twitch haben Beef miteinander und das ist jetzt gefährlich für die Demokratie. Weißt du, was am Ende bei den Menschen rauskommt? Diese Aussage hat keinen Wert mehr. Und dann, wenn wir die Aussage vielleicht wirklich mal brauchen, dann hört keiner mehr zu. Dann werden wir da sagen, ach so, ja, wie bei KuchenTV, ne. Und verbreitet schlichtweg Lügen. Aber ja, stimmt. Shuyoka ist definitiv diejenige, welche versucht proaktiv Probleme zu lösen. Auf alle Fälle. Deswegen geht sie kein Gespräch mit mir ein und auch an KuchenTVs Friedensangebot ist sie auch nicht interessiert. Sag ich ja. Das wird auch niemals kommen, weil man hat sich schon festgelegt, KuchenTV ist wahrscheinlich der Demokratiezerstörer, Alpha Kevin ist ein Gehilfe. Das ist doch alles doch... Was für eine absurde Geschichte, das sich entwickelt. Kommen wir nun zum Thema Swatting, womit ich so ziemlich gar nichts am Hut habe. Jedoch wurde mir natürlich auch wieder aus genau dieser Angelegenheit einen Strick gedreht und dann werden irgendwelche Werbepartner angeschrieben. Denn Map... Kurz, man muss erklären, Swatting, ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, ich hoffe, ich bin informiert, das ist dieses, wenn man versucht, irgendwie Streamern und Co. irgendwie so die Polizei auf den Hals zu hetzen, also irgendwie behauptet, so bei dem und dem passiert gerade irgendwie sowas und ja, ist eine ganz, 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 ganz miese Geschichte. Also das ist wirklich... Hat man damals, glaube ich, auch viel beim Drachenlord gemacht und also das ist wirklich schäbig, ganz schäbig. Meppo strikte am 22. September leeren Frau live on stream, ähnlich wie das bei mir und bei Askeron der Fall war. Für die Leute, die aber jetzt nicht wissen, wer Meppo ist, ich hatte mal ein Video zu Meppos Tweets gemacht, wie er bei der ganzen Kronk-Thematik Shoyoka permanent verteidigt hatte. Das fand ich ziemlich unangenehm, ich habe die Tweets einfach eingeordnet und als Video hochgeladen. Leeren Frau hat dann auf dieses Video auf meinem dritten Kanal reagiert und wurde dann einfach im Livestream gestrikt dafür, weil man das Profilbild von Meppo ganz mini gesehen hatte. Kurz nach diesem Strike von Leeren Frau wurde Meppo plötzlich geswattet, was ich extrem verurteile. Doch anstatt, dass man jetzt einfach sagt, dass die Trolle aufhören sollen und Swatting-Angriffe immer schlimm sind, gab man mir einfach eine Teilschuld an dem Swatting. So ist... Das ist... Das ist so geil. Wie immer irgendwie... Weil... Das meine ich halt, ne? Also, wir gehen jetzt so die Instanzen dann hoch und zu Beginn der ganzen Scheiße steht dann irgendwann, den nehmen wir dann in Haftung oder was. Also, ich weiß nicht, was haben die Leute eigentlich auch für ein Rechtsverständnis? So sagte Meppo nämlich folgendes. Ja, ich gebe Alpha Kevin eine Teilschuld an dem Swatting, da ich der festen Überzeugung bin, dass es das ohne des Videos nicht gegeben hätte. Er macht mich damit mitverantwortlich, dass er geswattet wurde. Das kann man sich einfach nicht ausdenken. Aber anstatt einfach mal sich zu hinterfragen, was überhaupt der Auslöser für Swatting war, zeigt er einfach nur auf mich, um meinen Ruf runterzuziehen. Alles andere ergibt keinen Sinn. Denn nach... Ich muss eins immer noch, äh... Teilschuld jetzt besser als Kontaktschuld. Schreibt jemand im Check. Ähm... Ich muss immer noch sagen, also... Ist das wirklich... Ja, wahrscheinlich ist das so, aber ich weiß es nicht. Ist das Shoyoka und ihr Team oder was? Also, ich habe immer noch so ein bisschen die Sorge, dass das am Ende irgendwelche selbsternannten Volltrottel sind. Naja... Wurde Meppo nicht geswattet oder gedoxt oder sonstiges. Das geschah erst, nachdem er Leerenfrau im Livestream gestrikt hatte. Und wie ich finde, ebenfalls mal wieder zu Unrecht. Denn wir müssen uns in Erinnerung behalten, das Ganze geschah aufgrund von einem Profilbild und weil man dieses nicht zensiert hatte. Dreimal könnt ihr raten, wer natürlich auch hinter Meppos Reaktion stand. Richtig, Shoyoka. Sie schrieb dazu am 23. September folgendes. Der User, eine Privatperson, der von Abla Kevin und Leerenfrau als Feind... Ist das jetzt nicht irgendwie sein Fiat-Kanal oder so, ne? Abla Kevin. ...markiert wurden, wurde gedoxt und geswattet. Das Cybermobbing dieser ekelhaften Opportunisten gefährdet Menschenleben in der realen Welt, während sie Öl ins Drama gießen für Aufmerksamkeit. Diese Influencer gehören entmonetarisiert und die Plattform. Sie wirft mir einfach Cybermobbing vor, weil ich Tweets vorgelesen und eingeordnet habe. Ja, das ist halt die Taktik. Also, du darfst dich nicht äußern. Das ist, wie wenn ich dann irgendwie auf die Idee komme, bei Instagram mal ein Posting zu kommentieren, weil ich es anders sehe. Nein, es ist nicht erwünscht. Du sollst das nicht anders sehen. Und wenn du das anders siehst, dann schreiben wir Freunde von dir an. Dann kommentieren wir Bilder von dir. Dann gehen wir auf Privat. Dann gehen wir auf Angriff. Und du musst gar nichts Schlimmes machen. Du musst gar nichts Schlimmes machen. Du musst einfach nur sagen, sehe ich anders. Und das reicht schon. Sehr nice. Genau sowas sollte man einfach mal blind behaupten, wahrscheinlich ohne mal das Video gesehen zu haben. Zumal ich einfach nur ein Video hochgeladen habe und ihn auch nicht in meinem Stream als Feind markierte. Und mit diesem die gehören die Plattformen und entmonetarisiert, tätigte sie eine Aussage, die noch richtig eklig sein würde. Ja, das sind halt die Methoden, die man dann kennt. Aber dazu später mehr, denn im Hintergrund passieren gerade einige Dinge, die richtig ehrenlos und unschön sind. Und da rede ich besonders von den vermeintlichen Shoyoka-Supportern. Neben dieser Forderung von ihr kam dann noch ein Vorwurf seitens Shoyoka, den ich richtig, richtig bescheuert fand. Denn obwohl Shoyoka wirklich gar keine Ahnung von mir hat oder nicht mal weiß, wofür ich überhaupt stehe, weil sie es vermutlich auch nicht so hat mit der Recherche, Recherche Shoyoka ist nämlich da richtig am Start, veröffentlichte sie plötzlich... Man hat viel Ironie da drin verbaut. Ich frage mich immer, es gibt viele Leute, die das glaube ich nicht verstehen. Aber ich würde sagen, Alpha Kevin ist auch... Ist ein Künstler. Hm, ist nun mal das, was wir machen. Ja. Ja. ...diesen Tweet hier. Aber einen Kuchen, Alpha Kevin und so weiter sind halt unfassbar gefährlich für unsere Demokratie, weil sie über jedes Stöckchen springen, solange es ihnen selber Gewinn einbringt. Die greifen das alle ohne zu denken auf, egal was die Konsequenz ist. Hauptsache es reicht für YouTube-Trends. Als ich das gelesen habe, war ich kurzzeitig irritiert, aber auch leicht wütend, muss ich ehrlich gestehen. Denn wo in Gottes Namen bin ich bitte gefährlich für die Demokratie? In welchem... Ja, ich hab's ja eben schon vorgelesen. Er bezieht sich jetzt erst auf den... Auf diesen Tweet. Aber ja, wirklich, das ist bodenlos. Und das ist nicht cool, sowas zu sagen. Das... Da muss man... Also, das hat bald alles keinen Wert mehr. Wir müssen aufpassen, Leute. Nicht überall in alle Richtungen scharf schießen. Das ist ein bisschen irre. Welcher Hirnzelle kommt sie bitte zu so einem absurden Schluss? Und genau das fragte ich sie dann auch im Anschluss. Doch natürlich wurde ich ignoriert, denn sie hat mich schließlich ja auch blockiert. Und da sieht sie natürlich auch keinen Grund, irgendwie mit mir mal zu reden. Und dementsprechend gab es dann auch keine Begründung, weshalb ich überhaupt jetzt wirklich demokratiegefährdend sei. Jetzt muss man sich immer noch eins vorstellen, ne? Also, ich muss ja davon ausgehen, dass die Redaktion von ZDF-Magazin Royale, die sind ja schon ein bisschen im Game da drin. Und die kriegen das alles mit, ne? Und recherchieren. Ich gehe mal davon aus, dass die recherchieren. Weil sonst weiß ich nicht, was sie den ganzen Tag machen. Und dann kriegen die das alles mit. Und dann denken die so, Yo, das ist die Sendung, die wir jetzt brauchen. Das ist das, worauf wir hinaus wollen. Ja, ja, das ist gut. Also, irgendwie hast du dich auch gedacht. Ich verarsch dich nur. Ich dachte, es wäre witzig, wenn du denkst, ich bin behindert. So habe ich die Sendung geguckt. Ja, ich meine es ja mit der Demokratiegefährdung. Diese Story vom 9. Juni von mir. Aber hey, Shuyoka, die wird es mit Sicherheit besser wissen. Denn sie kennt mich besser als ich mich selbst. Hauptsache, über jemanden irgendwas extrem rufschädigendes schreiben, wenn man diese Person blockiert hat und diese sich nicht mal rechtfertigen kann. Klase Leistung, Pia. Genau so geht man nämlich in einer Demokratie um. Man redet nicht miteinander. Man redet nur übereinander und blockiert einfach jeden Kritiker weg. Ich muss euch aber leider enttäuschen, denn die Sache nimmt hierbei leider immer noch kein Ende. Denn am 30. September setzt die YouTube dann tatsächlich den Strike von Meppo gegen mein Video auf dem Alpha Kevin Plus Kanal durch. Und das nur, weil dort ein Profilbild von Meppo zu sehen war. By the way, das Profilbild war sowas von klein und ich bin nicht einmal auf sein Profilbild überhaupt eingegangen, weshalb das Ganze noch loster ist und das bloß ein Beiwerk darstellte. Meine Gegendarstellung wurde dann daraufhin von YouTube... Äh, Gegendarstellung, okay, vielen Dank für Ihre Gegendarstellung. Es ist für uns nicht ersichtlich, ob es einen zulässigen Grund für die Gegendarstellung gibt. Da können wir Ihren Antrag nicht nachkommen. ...einfach abgelehnt. Also die haben nicht gesagt, jo, wir lassen es wieder frei, weil es halt lost ist. Sondern die haben gesagt, okay, ja, deine Begründung reicht nicht. Wir lassen dein Video einfach mal offline. Und genau deshalb habe ich Meppo kontaktiert, ob er... Das finde ich auch irgendwie... Das muss man sich mal auch überlegen, ne? Ähm, ich gucke mal gerade. Alpha Kevin, 287.000 Abonnenten. Ich glaube, der gestrikete Channel hat jetzt ein bisschen weniger. Ähm, der macht für YouTube macht er hunderttausende Euro Einnahmen. Und du hast keinen direkten Ansprechpartner bei solchen Problemen. Du schreibst da, du musst da Gegendarstellung einreichen. Also das ist so eine Geschichte generell bei YouTube. Das finde ich so ein bisschen... Deswegen bin ich froh, dass ich so ein bisschen das jetzt auch aufsplitte, so bei Twitch, YouTube und aber auch viel... Der Bärenanteil bei mir immer noch Zuschauer-Support, weil du bis am Ende einfach so denen ausgeliefert. Wenn die keinen Bock mehr haben, wenn die irgendwie sagen, so, ja, dann ist das so. Und ich stelle mir mal vor, in welcher Situation wärst du... Also du bist ja mehr oder weniger dann bei YouTube, ja, so als Freiberufler, irgendwas, keine Ahnung. In welcher Situation wird so viel Geld verdient und du hast eigentlich nicht mal dann bei solchen wichtigen Themen wie ein Strike, wie die Zukunft deines Kanals. Und du hast keinen Ansprechpartner. Du hast keine Nummer, die du mal wählen kannst. Keine Ahnung was. Ich verstehe ja, dass die sagen, ja, wir haben halt unglaublich viele Creator und so, wir können das nicht machen. Aber auf der anderen Seite, manchmal habe ich das Gefühl, die machen es sich auch ein bisschen leicht. Also, ja, ihr müsst halt damit leben. Könnt ja zu einer anderen Plattform gehen. Also, ja, ist auch so. Am Ende sind wir wahrscheinlich dann selber schuld, dass wir das machen. Ähm, Alpha Kelvin wird sich auch nicht beschweren können. Wird ja gutes Geld da verdienen. Äh, ne. Klar, man kann immer jede schlechte Situation damit, äh, wegbügeln, dass man sagt, musst du ja nicht machen. Und du kriegst ja viel Geld dafür. Stimmt. Und trotzdem, finde ich, kann man, kann man einen Zustand, äh, als nicht ganz, äh, optimal kommentieren. Wer denn mal bitte mein Video wieder entstriken könnte, weil das sonst nur unnötig Geld kosten würde. Da mich dieser bislang ignoriert hat, und wir haben jetzt gerade bei der Aufnahme den 6.10.2024, habe ich bereits einen Anwalt eingeschaltet und mal schauen, wie es da noch so weitergeht. Ich halte euch da auf dem Laufenden, wie gesagt, wenn dann auf dem dritten Kanal. Ich sehe das nur als unfassbar... Immer, wenn man so den neuen Kanal, noch einen neuen Kanal, damit man so... Das ist ja auch im Übrigen ein Ding, ne. Ähm, fragt euch mal, warum so viele 1, 2, 3, 4 Kanäle entstehen. Ja, genau aus dem Grund, dass man sich selber anfängt abzusichern. Wenn der eine gestrikt wird, oder wenn er irgendwie gebannt ist, dann machst du auf dem anderen Kanal, ich wurde gebannt, kriegst du dann sowieso nochmal einen Haufen Klicks und Views drauf. Ähm, aber irgendwie ist es auch ein bisschen bescheuert. Kritisch an, da ein Strike erhebliche Konsequenzen auf alle Kanäle haben kann. Denn bei 3 Strikes wäre mein Hauptkanal und mein dritter Kanal komplett gelöscht. Doch... Ah, okay, die wären sogar zusammen weg. Okay. Der absolute Knaller kommt jetzt und das habe ich auch erst Anfang Oktober durch Gespräch mit meinem Werbepartner mitbekommen. Und zwar gibt es Leute, die Shoyoka krass supporten und meinen Werbepartner anschreiben, um denen zu sagen, sie sollen mich doch bitte kündigen, weil ich dafür mitverantwortlich bin, dass ja gespottet wurde, gedoxt wurde und die ganzen Informationen immer größer wurden. Also es wird gerade effektiv versucht, meine finanzielle Lage komplett zu zerstören, weil ich Videos... ...die bestimmt sehr gut ist, deine finanzielle Lage, aber die Methode dahinter ist beschissen. Also ich... Warum kommentiere ich das gerade so? Ähm... Ich finde, man muss noch mal ein bisschen... Man muss so ein bisschen im Hinterkopf halten, wer man ist, wie viel man gerade verdient. Also ich würde mal sagen, ich kann es beim Alpha Kevin ganz gut abschätzen. Selbst wenn da vieles zusammenbricht, erstens hat er dann schon so ein Standing, das kann er wahrscheinlich wieder aufbauen. Und er ist natürlich nicht in derselben finanziellen Notlage wie ärmere Menschen. Ja, also Leute, die wirklich am Existenzminimum... Das finde ich, muss man immer noch... Das darf man nicht vergessen, weil manchmal neigt man dazu, sich irgendwie als... Ja, weil... Also mir fehlt da vielleicht so ein ganz, 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 ganz Mühe an Bodenhaftung, deswegen erwähne ich das. Aber grundsätzlich, das, was dahinter steckt, die Methode, die verurteile ich komplett. Also dieses... An die finanziellen Einnahmen ranzugehen, also die Person und die Einnahmen zu zerstören zu wollen, das ist schon, finde ich, einfach ein ganz mieser Take. ...gemacht habe, wo Shoyoka drin vorkam. Ich war nicht mal dort beleidigend, voller Hass, extrem unfair oder sonstiges und dennoch versucht man mir jetzt gerade eben, meine Existenz zu zerstören. Glücklicherweise sind meine Werbepartner aber absolut stabil und hören sich immer beide Seiten an, weshalb ich besonders Holy danken möchte für den Rückhalt und die unfassbar geile Zusammenarbeit. Denn ab jetzt... Ja, und auch hier muss man sagen, dass ich da auch zweierlei beobachte. Dieses Anschwärzen bei Werbepartnern, es ist eine schäbige Methode, aber auch das wird wie alles im Prinzip so wellenartig sich entwickelt. Am Anfang werden wahrscheinlich bei so Meldungen und so werden Werbepartner wahrscheinlich noch schnell reagieren, sagen, Oh, haben wir da irgendwie einen Content Creator im Repertoire, der ein bisschen schnäßig ist und ist das gut, den zu haben? Dann werden die schnell reagieren. Aber ich glaube, dass das auch irgendwann abeppt. Wenn die dann das fünfte Mal irgendwie solche Nachrichten bekommen und sagen so, Ja, 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 toll. Dann sagen die auch so, Ach komm, ey, schon wieder. Na, komm. Das nutzt sich alles ab. Das heißt, dieses Denunzieren, das hat dann irgendwann auch keine Funktion mehr. Und es wird dann auch sogar Firmen geben, die vielleicht sogar sagen, Ey, weißt du, wir haben eigentlich vor allem Bock auf die Content Creator, die vielleicht ein bisschen edgy sind, die sich nicht verbiegen lassen, weil das vielleicht zu unserer Marke passt. Könnte ja sein, dass du so, weiß ich nicht, wenn du jetzt als Beispiel, weiß ich nicht, ähm, mir fällt gerade nichts Cooleres ein, also Downhill Mountainbike, aber da wirst du wahrscheinlich immer einen Mountainbike-Profi beauftragen, aber vielleicht irgendwas, was so ein bisschen was mit Dreck zu tun hat oder so, dass man dann sagt, Ach, da brauchen wir einen kernigen Typen, da brauchen wir jetzt nicht so einen, könnte ja sein. Ich meine, die meisten Placements sind ja irgendwie immer nur VPN und Energy Drinks. Ich weiß auch nicht, was die für ein Profil haben. Jetzt kann man tatsächlich meinen eigenen Alpha Squad Shaker bei Holy bestellen. Die, die gehen, das ist genau das, was ich sage. Und darauf bin ich unfassbar stolz, weil das Design noch geiler aussieht, als ich es überhaupt gedacht hätte. Deswegen checkt jetzt unbedingt den Link in der Beschreibung ab und mit dem... Holy ist auch zu, ich lese gerade im Chat, Holy ist zu tief im Boys Club verwickelt, da müssen sie mehrere Streamer rauswerfen. Ja, das meinte ich halt, also irgendwie, ich kann mir sogar vorstellen, dass irgendwann Firmen ankommen. Ich meine, spätestens dann hat doch hier, wie heißt er, Montana Black hat doch mit Gönner G seinen eigenen Energy Drink. Ja, und wen supportet der? Ja, natürlich seine Buddies am Ende, ne? Also, deswegen, also da kann man dann schon nochmal den einen Satz, der Markt regelt dann manchmal doch schon. Also es dauert dann manchmal, aber das wird dann auch wieder abgefedert. Im Code ALPHAKERIN5 spart ihr 5 Euro auf die erste Bestellung und dann könnt ihr euch so einen geilen Shaker holen. Hammergeil. ALPHAKERIN für 10% Rabatt. Ich wäre euch wirklich unfassbar dankbar, wenn ihr das einfach mal abchecken könntet, weil Holy hat mich wirklich krass supportet in der letzten Zeit und mir bedeutet diese Zusammenarbeit wirklich super, super viel. Der Shaker ist im Übrigen auf 500 Stück limitiert, deswegen gönnt euch und wirklich ganz, ganz, ganz viel Liebe an... Boah, das ist aber jetzt schon viel Marketing, bla bla, ne? 500 Stück. Was dann? Dann müssen 4 Millionen neu aus China importiert werden? Entschuldigung. ...oder Sonstiges. Dafür mal bitte ein Ehrenholy in den Chat. Und das war's. Das wurde im Endeffekt alles geschrieben und auch unternommen und das nur, weil ich auf ein Video von KuchenTV reagiert habe und weil ich ein Video zu der ganzen Krog-Thematik hochgeladen habe. Das muss man vielleicht auch noch erwähnen. Die Methoden sind mittlerweile mehr als nur ein, zwei Aussagen oder auch Videos gegen einen, denn es geht direkt ins reale Leben und das finde ich viel zu heftig. Für mich ist dieses Thema fürs Erste auf diesem Kanal durch. Ich hoffe nur, dass ihr mittlerweile verstehen könnt, dass ich vom Verhalten der Gegenseite nicht wirklich angetan bin. Schreibt gern dazu eure Meinung in die Kommentare, checkt meinen Shaker ab, wäre ich sehr, sehr dankbar und damit wünsche ich... Checkt meinen Shaker ab, geiler Satz. ...würst euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wie ist es so schön. Schnellchen an, zwängchen, euer Alpha Kevin und ciao. Sehr schön. Ja, also wie gesagt, ich glaube, es hat nochmal bestätigt, so die Methoden, die da geschehen sind, einfach schäbig. Am Ende des Tages würde ich immer behaupten, man muss ein bisschen, man muss die Ruhe bewahren, das ist so immer meine Devise. Ruhe bewahren, entspannt bleiben und wenn Wellen in die eine Richtung kommen, dann kommen sie auch wieder in die andere Richtung. Also, das war meine Reaktion zu diesem Video. Macht's gut und auf Wiedersehen. Tschüss.